Zum Abschluss noch eine Abiaufgabe, eine Wahlteilaufgabe aus dem Jahr 2009, auch wieder ausschnittsweise wiedergegeben. Sie haben hier den Funktionsterm f von x gleich 6 minus 100 geteilt durch x² minus 16 und das Ganze zum Quadrat. Man soll hier sämtliche Asymptoten des Schaubildes von f angeben, außerdem soll man die Nullstellen bestimmen und das Schaubild mitsamt Asymptoten im Bereich x von minus 7 bis plus 7 skizzieren. Zum Schluss soll man noch nachweisen, dass diese Funktion f genau eine Extremstelle besitzt. Hier nun die Lösung. Den Funktionsterm habe ich Ihnen an dieser Stelle nochmal notiert und es geht im ersten Schritt darum, die waagrechten Asymptoten zu finden. Wir bilden also Limes x gegen unendlich bzw. gegen minus unendlich von dem Funktionsterm. Und wenn Sie sich das hier anschauen, wenn Sie mit x gegen unendlich gehen, wird ja hier auch durch das Quadrat der Nenner unendlich groß. Das bedeutet, der gesamte Bruch geht hier gegen 0. Am Ende bleibt die 6 übrig und zwar ganz egal, ob Sie gegen plus oder minus unendlich gehen. Limes f von x mit x gegen plus oder minus unendlich ist somit der Zahlenwert 6. Das bedeutet, Sie haben eine waagrechte Asymptote bei der geraden y gleich 6. Nun zu den Polstellen. Hier müssen wir uns überlegen, wann der Nenner 0 wird, denn diese sind ja die Kandidaten für unsere Polstellen und das sieht man hier direkt. Nämlich wenn ich hier eine 4 einsetze, dann ist 4 Quadrat 16, minus 16 ist 0 und somit der Nenner 0. Beziehungsweise kann ich auch den Wert minus 4 einsetzen, was ja durch das Quadrat wieder zu plus 16 wird. Also haben wir zunächst mal die Kandidaten bei minus 4 und bei plus 4 für unsere Polstellen. Aber der Zähler wird nicht gleichzeitig 0. Das heißt, wenn ich 4 oder minus 4 einsetze, der Zähler bleibt ja hier, wie er hier steht, konstant bei 100. Und somit handelt es sich wirklich um Polstellen. An der Stelle x1 gleich minus 4 und an der Stelle x2 gleich plus 4. Ob die Polstellen nun einen Vorzeichenwechsel haben oder nicht, das war an dieser Stelle nicht gefragt. Wir haben ja die Möglichkeit, die Kurve von f von x mit dem GTR zu zeichnen. Und das habe ich Ihnen in dieser Grafik hier mal dargestellt. Sie sehen also, die waagrechte Asymptote bei y gleich 6 ist hier eingezeichnet. Die beiden Polstellen bei minus und bei plus 4 sind eingezeichnet. Und Sie sehen außerdem, hier findet bei den Polstellen kein Vorzeichenwechsel statt. Nun sollte man noch die Nullstellen dieser Funktion bestimmen. Die Nullstellen sind die Durchgänge hier durch die x-Achse. Sie sehen anhand der Grafik, dass Sie in dem genannten Bereich minus 7 bis plus 7 genau 4 Nullstellen kriegen sollten. Und wenn Sie das mit dem GTR berechnen, dann gehen Sie über die Funktion second calc0. Sie bestimmen also mit second calc0 einen Koordinatenausschnitt hier auf der x-Achse und kriegen dann die x-Koordinate x1 mit minus 4,48. Im zweiten Durchgang die x-Koordinate x2 hier mit minus 3,45. Anschließend, weil das Ganze symmetrisch ist, das haben wir allerdings nicht nachgewiesen, aber Sie können das ja mit dem GTR entsprechend berechnen, erhalten Sie x3 gleich 3,45 und x4 gleich 4,48. Jetzt sollten noch die Extremstellen von f bestimmt werden. Und es sollte gezeigt werden, dass im genannten Bereich nur eine einzige Extremstelle existiert. Nun, dazu können Sie ja den Funktionsterm, wenn Sie das von Hand machen, einmal ableiten und diese Ableitung gleich 0 setzen. Bevor Sie das machen, formen Sie den hinteren Term entsprechend um, damit das mit dem Ableiten etwas einfacher wird. Sie schreiben 6 minus 100 mal und 1 durch ist nichts anderes als hoch minus 1. Also durch x² minus 16 hoch 2 ist nichts anderes als x² minus 16 hoch 2 mal minus 1, also hoch minus 2. Und damit können Sie ganz wie gewohnt ableiten. Die 6 fällt beim Ableiten weg. Beim Ableiten bleibt ein konstanter Faktor, nämlich die minus 100 ja erhalten, mal minus 2, weil der Exponent ja als Faktor nach vorne gezogen wird. Das ergibt dann hier die plus 200 mal die Klammer, also mal x² minus 16, Exponent minus 1 aus minus 2 wird dann hier die minus 3. Und dann muss man natürlich noch beachten, dass die Kettenregel gilt, dass man den inneren Term, das x² minus 16, ja auch nochmal ableiten muss. x² minus 16 abgeleitet gibt die 2x und mit dieser inneren Ableitung habe ich laut Kettenregel ja mal zu nehmen. Also ist die erste Ableitung hier so gegeben, wie hier notiert. Und wir haben die erste Ableitung gleich 0 zu setzen. Sie sehen, wann das passiert. Wir haben hier ein Produkt. Und ein Produkt wird ja dann gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 wird, wenn nämlich x in diesem Falle gleich 0 wird. Der zweite Faktor, diese 200 mal die Klammer hoch minus 3, kann an der Stelle nicht 0 werden, denn wenn Sie das wieder in die Bruchschreibweise überführen, haben Sie 200 geteilt durch x² minus 16 hoch 3. Und ein Bruch wird ja dann 0, wenn der Zähler 0 wird. Im Zähler steht aber die 200. Das heißt, dieser Bruch hier wird jedenfalls nicht 0. Die einzige Nullstelle der ersten Ableitung ist somit bei x gleich 0 gegeben. Jetzt können wir noch mit der zweiten Ableitung überprüfen, ob es sich an dieser Stelle x gleich 0 um einen Hochpunkt oder um einen Tiefpunkt handelt. Das heißt, wir müssen diesen Term nochmal ableiten, die zweite Ableitung bilden. Und das geht dann hier, weil es sich um ein Produkt handelt, mit der Produktregel. Zu Ihrer eigenen Übung sollten Sie diese zweite Ableitung einmal von Hand bilden. Und hier können Sie dann, wenn Sie den Funktionsterm der zweiten Ableitung bekommen haben, und den Wert x gleich 0 einmal einsetzen. Auf jeden Fall bekommen Sie einen negativen Wert. Das heißt, wenn Sie in die zweite Ableitung den Wert x gleich 0 einsetzen, dann liefert das einen negativen Wert, was Sie auch mit dem GTR bestimmen können. Das bedeutet, bei x gleich 0 haben Sie einen Hochpunkt. Zweite Ableitung kleiner 0 heißt ja Hochpunkt. Und da wir festgestellt haben, das hier ist die einzige Stelle, deshalb haben wir auch nur eine einzige Extremstelle, das heißt einen Hochpunkt bei f. Die genauen Koordinaten waren an dieser Stelle nicht verlangt. Das sollte nur gezeigt werden, dass f eine einzige Extremstelle besitzt. Das ein bisschen verboten ist. Das soll nun w